Ihr Lieben da draußen, nach der Todesschlucht geht's jetzt endlich zum Brüten. Den ignorieren wir einfach, den hier neben mir steht. Hallo Benni, hallo Akuma. Hallo. Was seid ihr? Irgendwo hier, ne? Irgendwo? Gebäude. Irgendwo da, okay. Ah, okay. Zu, auf, auf. Oh, es gibt auch eine kleine Tür. Na egal. Das bin ich noch gar nicht, das Gebäude hier. Hat Kim gebraucht, so ein Brotschutzamt. Oh, da war ich hier schon mal drinnen kurz. Ich weiß es nicht mehr. Oh, die hat ein Ovis. Hm. Das hab ich mit ihr gezähmt, ja. Ich hab ein Weibchen noch. Wir fressen die in letzter Zeit immer alle. Guck mal, guck mal hier, was hier in der Ecke liegt. Du hast angeschissen, hör mal. Die arme Raffi. Und Kim auch, die liegen zusammen. Äh, 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 ich werf jetzt das Ei raus, ne? Okay. Du hast das vorgebrütet. Ähm, wie lange hat das denn gedauert, das Ganze? Zehn Minuten. Nur zehn? Ist das... Haben wir eine Einstellung ein bisschen, äh... Die sind doch angepasst rum. Ach, ja, ja. Die sind ja jetzt wie Crystal Wirbern. Die sind doch nicht mehr so gut. Jetzt hätten sie das wenigstens, keine Ahnung, auf drei Stunden machen können oder sowas, weißt du? Weil... Ah, das ist schlecht. Du hast schon die... Oh, die Besonderheit verlierst dadurch, dass... Warum? 231 ist doch gut? Naja. Nein, nein. Darum, dass es nur einer ist. Ach so. Ja, das ist schade. Aber das Level ist doch toll. Ja. Was war die Mama denn? 231. Ach, stimmt. Das Ei war ja... Das ist ja immer das Level. Ich vergrä... Ich vertrümelte mich da jedes Mal. Ich denke dann immer nach... Ich denke dann immer an den, äh... Mama und Papa... Level... So'n... Querschnitt. Querschnitt? Der Querschnitt von Mama und Papa. Au, au, die hat Schaden gekriegt. Ach so, ich bin schlimm. Die ist tot. Die hat 8000 Leben, die hat 200.000 im Baby-Stadion. Was? Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? Nein. Aber sie ist... Aber sie ist hübsch. Das ist Standard. Standard. Blitzweber. Hast du noch ein Ei? Nö. Habt ihr doch alle. Ich hab nur das gehabt. Ich hab die Eier alle bei euch in die Tiere reingelegt. Das hast du gesehen, die, ähm... Wie heißt der? Die Kim hat die. Äh... Ja, warte, ich kann den holen. Ich weiß, woher sie liegen. Was möchtest du denn? Das Giftei. Mein Giftei. Welches Level war das? Ähm... 131 müsste es gewesen sein. 137? 34? Also irgendwas mit 30. Irgendwas mit 30. Irgendwas 130. Ja. Ich glaub, wir haben gar nicht so viele Giftei. Ey! Ich hab doch Aue am Rücken. Schon was. Ja, ne, ist klar. Und? Wo waren? Wo sind sie? Ja, die holst du gerade. Also ich weiß ja nicht, wo sie sind. Ja, der ist da runter. Kann der Akku machen. Oder nicht. Hast du... Ah, du hast ja auch so'n Ding. Auch so'n Ding? Da hast du so'ne Spinne. Mhm. Benni und ich, äh, und Dexter meine. Ich hatte eigentlich ne andere Spinne. Ich hatte eigentlich ne grüne. Ich hatte gar nicht die mit diesen Füßen. Ich weiß nicht, woher die jetzt plötzlich kommt. Die ist doch aber grün. Das ist meine. Aber ich hatte nicht die mit diesen rosa Füßen. Ich hatte eine grüne mit... Ihr vielleicht? Oder weißen Füßen? Ja. Ist das die da? Die hier? Ich glaub, das war die hier. Ich weiß es nicht. Oder irgendeine andere. Wir können ja tauschen, Dex. Weil die hatte ich nicht. Das war gar nicht meine. Dann das tauschen. Also bei mir hat Dex ne grüne. Ja. Was? Nein, nein. Wir haben das richtige. Wir haben das richtige. Ich dachte ja, ich hab ein F gedrückt. Nee, nee. Also das dauert jetzt 10 Minuten, ne? Wurde nicht angebrütet. Ich muss das mal schön fotografieren. Schön? Aber dann darfst du nicht im Bild sein. Nee, bin ich auch nicht. Akku, stell dich mal rein. Es muss schön sein. Was? 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 So. Dankeschön. Ich hab gesagt, ich brauch ein schönes Bild. Akku, morgens das Bild. Warte. Äh, da. Oh, love is in dir. Da stockt eine Pau Pau. Das ist, wer wärs. Was ist Ei aufgehoben? Nee, ich wollte es gar nicht aufheben. Wolltest du es essen? Hm? Ich hab's grad gegessen. Du kriegst ja eine Warnung, wenn du jetzt bist. Ja, ja. Endlich mal. Brauchst du auch, glaub ich. Hey, wer schmatzt die hier? Das ist ja eklig. Boah, Benni, ey. Junge. Das ist ja eklig. Und dann sagen die mir zu. Ja, hab ich wirklich einen Kommentar bekommen. Trotzdem liebe Grüße. War ja nicht böse gemeint. Ich meinte nur so, ich find deine Videos zwar schön, aber ich mag dein Geschmatze nicht. Ich war geschockt. Ich so, boah, ich bin so Anti-Schmatzer. Ich kann das echt nicht. Ich mag dein Geschmatze nicht. Aber ich will nicht, dass er... Nein. Hat den Pfeuer genau in der Schläfestecken, Benni. Bei mir schick einer an der Wand. Sie liegt so hilflos da. Äh... Acht Minuten nur. Hast du vorgebrütet? Nein, das war 10 Minuten. Ich hab ja schon wieder 2 Minuten nur gearbeitet. Achso. Ich dachte, das war... Jetzt wär der halb... Ach, nächstens... Äh... Wie hast du gesagt gehabt, wie lange... Wie lange Brüte? Ach, nur 10 Minuten? Das ist doch voll doof. Das macht dir verletzt. Wir haben die einstündige nach runter gestellt, Dex. Ja, aber du... Wir haben das ja aber nicht so extrem. Doch, 30. Und zumal, äh, die haben die Wirwern ja selber auch angepasst. Du kannst die Wirwern ja inzwischen auch brüten. Extra 30-fache. Also... Also... Also Paaren, meine ich. Ich muss die Pomme hochziehen. Voll die Akku mal abgeballert. Oh nein. Wer hat mich abgeballert? Nein. Sorry Akku. Au. Ich wollte doch nur gucken oder boxen. Werde ich erschossen. Oh, Benni hat dich angeschossen, ey. Ich werde erschossen und geboxt. Alles. Klinge alle auf einen Haufen. Verdient. Ich guck noch nur. Ich will doch noch Babys gucken. Eine ist schon draußen. Gucken ist verboten. Draußen schon das Baby... Oh, hier. Die steckt ein Pfeil im Hals. Sag mal, schluck mal runter. Geht nicht, da hängt was dazwischen. Ja. Jetzt kommt die Vision Grave auch noch hoch. Also wenn jetzt hier alle hier rumgammeln... Mensch, ey. Hier sind sie ja alle. Ja alle, da fehlt die Schnüche noch. Mein Gott. Wieso? Schnüche auch hier? Oh, oh. Sag mal, soll ich jetzt alle hier hochziehen? Es sind ja alle... Wollen wir hier noch jemanden? Hallo Schnüche. Fabi spielt keinen Arc. Also... Der muss da alleine bleiben. Oh, warum schießt die mich ab? Kann ich jetzt weiter einfach nur zugucken, please? Nein. In der Schläfe stecken. Nein. Ihr könnt ja währenddessen auch eure Eier ausbrüten. Also jetzt nicht die Männer. Ich mein jetzt die Jungs. Nein, die Mädels. Ich mein ja... Nehmt einfach mal eure Eier. Genau, die Schnüche. Okay, Sekunde. Aber es ist noch zu kalt. Hat mal jemand eine Backe? Zu kalt? Das muss in die Mitte liegen. Und der kaltes zieht dir halt mal was an, wie du wieder rumläufst hier. Hier, in die Mitte. Ach da. Alle Fackeln müssen an sein, damit es warm genug ist. Und die Mentes haben wir schon lange. Hä? Ja. Kann ich das jetzt hier einfach mit dazu schmeißen? Aber ihr sollt die Eier tauschen. Redest ja nie mit uns. Hä? Ja, echt mal. Ja? Passt, oder? Nein. Die haben ja echt schon ewig die Mentes. Aber wir warten es für 4 Minuten. Dann ist es rein. Mach doch einfach noch ein paar Facken. Versuch mal hier. Versuch mal hier. In dem hier. Das hier ist das Baby. Warte. Ey, Mann. Ich hab diesen riesen Pfeil im Gesicht, ey. Oh, cool. Vielleicht die spawnen. Und? Kalt. So. So, ich doch noch ein paar Fangen, Leute. Habt. Äh. Was ich hier möchte? Räucherfleisch? Nein, nein, nein. Guck mal, guck mal den Namen. Guck mal den Namen. Guck mal den Namen. Oh, guck mal den Namen. Oh, ich hänge fest. Oh. Er steht netprint. Was da? Netprint heißt der. Oh. Du sollst, man soll den nicht printen. Das hast du jetzt verdient gehabt, weil du meinen benannt hast. Was hab ich gemacht? Ich hab niemanden benannt. Na klar, meine Wippern. Statt sei als einziges da. Wir schon lachen, sich anhören, ne? Quatsch. Ach, war das deswegen, weil ich gesagt hab, Benni war rund? Ja. Ich hab, als ob ich die so nenne. Also, ich glaube, doch, der Name passt doch sehr gut. Stinker? Möchtest du auch einen Fall abhaben? Ich bin gar nicht da, Benni. Das ist egal. Ich such dich. Okay, komm, komm, komm. I will find you. Komm, komm, find me. Ich wollt grad sagen, hier steht doch noch einer. Aber das ist ja so, 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 so ein Chibi. Flummi. Ich geh einfach mal visuell in die Schlucht reinfliegen. Ob da vielleicht ein hohes Ei gespawnt ist. Jetzt find ich jetzt zwei oder drei weibliche Limantrier. Ah, ich freu mich auch auf die, ähm, wenn ich einen Wirrwarn jetzt hier habe, dann werd ich auch mal da reinfliegen und guck mir das mal an. Okay, mit meiner, ich glaub, mit meiner, mit meiner... Epinella? Die Rippes? Die ist Ripp. Stell den Grabenstein auf, ne? Das musste Benni machen. Benni hat sie getötet. Was? Benni, warum hast du das getan? Was? Da grafst du Mikrofonständer. Der hat dir grad da einen dran geholt. Ne, das war der Grave. Ah ja, okay. Aber Grave macht das immer... Das ist die Feder, wenn die einmal, wenn die einmal federt. Das passiert aber nur, wenn du das komplett einmal zurück und so hinziehst, ne? Ne, das find ich ganz leicht schon antippe. Ehrlich? Warte. Alt, das ist alt. Boing. Das ist immer komisch. Ich hab jetzt auch... Hört ihr das? Nur so zwei, drei Zentimeter hin und her. Ich glaub, da ist keine Spinne dran oder so. Ne, das hat nichts damit zu tun. Ne? Ich glaub, das liegt, ähm... Ich glaub, das liegt an dem... Ähm, an der Aufnahme, wo ich dann meinen Popschutz dran hab. Dass das irgendwie gegen die Feder stößt. Den Rotzschuss. Weil ich hab... Ich glaub, so einen ähnlichen Arm wie du. Ähm... Du gehst auch mit. Tennisarm. Ich hab hier ein Popeye-Arm. Und wenn ich ihn bewege, ich kann jetzt mal bewegen. Ich bewege dich jetzt gerade? Hört man das? Von den 20 Zentimeter? Ne, macht gar nichts. Boah, meine Bürgern hat einen Arm. Der Power, ich erschieße dich. Hat sie wieder unbedannt. Zwei, drei Minuten. Genau im selben Aufblick. Dann, jetzt würd ich's wirklich auch tun. McQueen heißt du doch. Nennst du dich wirklich McQueen? Nein. Achso. Nein. Sind alles abgeschossen hier immer. Gleich trifft wenn ich seine eigene Weih war. Ich war so schlimm. Kann dir mal jemand abschießen, der da hinten trommelt, hä? Das war ich. Hast du's abgeschossen, Benni? Nö. Du bist so ein sterbendes Tier. Genug jetzt immer noch nicht? Quatsch. Quatsch. Nein, das ist die Hygiene. Äh. Hast du ne Fackel gecrafted? Jaja. Nein. Aber eine wird nicht reichen. Ich glaub noch was. Ah. So, äh. Da oben links in der Ecke noch. Jetzt müsste es passen, ne? So ein Notfalls, Notfalls. Ich würd grad sagen, jetzt hast du nämlich genug. Ähm. Weg erstmal Teilsnore rein mit. Zwei Minuten noch. Ich will mal gucken, vielleicht krieg ich jetzt Drillinge oder so. Achtlinge mindestens. Gibt's eigentlich noch vier Linge? Ne, ne? Es wird gemunkelt, ja, aber ich weiß es nicht. Warte, 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 warte. Äh, du musst auch die Fackeln anmachen, Haseln. Ja, 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 ja. Warte. Achso, äh, äh, warte. Ja, deswegen. Äh, he, 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 he. Oh. Hab ich was dabei? Ne, ich hab nichts dabei. Ich kann dir nicht helfen. Schieß sie, schieß sie immer noch, oder was? Oh, jetzt muss ich nochmal zurück. Nee, 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 komm mal hier, komm mal hier. Nein, ich mach grad, ich mach grad. Nimm doch hier, hier raus. Hier gibt's doch noch mehr. Nehmen wir hier raus. Okay. Brauchen wir alles, wieso nicht? Hast du schon alles gemacht? Akku? Dabei. Da ist er dabei. Und hier. Da ist er dabei. Schon drin. Kannste anmachen. Oh. So, leg mal. Wo ist er denn? Schnu? Ja, hier. Wo ist er? Warte. Hier. Warte dahin. Dankeschön. Jetzt müsste es funktionieren. Warte, warte, warte. Wer brauchen? Ja, es reicht. Es reicht. Es brütet. Ein schönes Ei. Wunderbar. Das ist mein rechtes und das ist mein linkes Ei. Das ist ein ungesund ausdeckst. Ja, das eine ist irgendwie. Hast du noch Materialien mit Schnu? Für was? So eine Fackeln? Ich hab noch, ich hab noch, warte. Ähm. Noch 20 Sekunden? Von Minecraft auf Art ist furchtbar. Ja, ne? Das ist auch anstrengend. Ich vertue mich auch jedes Mal mit Inventar und abwerfen mit Kuh und allem. Ja. Ist eine jedenfalls noch. Zehn Sekunden noch. Ja, hatte ich. Geil. Ihr dürft mit dabei sein, wenn ein Baby schlüpft. Oh. Hier ran da. Oh, ich muss näher zeigen. Oh, ähm. Eins. Und? Oh. Da ist es. Ja, wie ist es denn? Hat die was zu essen dabei? Ich hab nichts zu essen. Die, die darfst du so nicht. Du musst es erstmal annehmen, Dex. Ja, ist so hässlich wie du. Ich komm nicht hin. Ich komm nicht hin. Ich komm nicht hin, wo ich bin. Ich seh's von hier. Okay. Verdammt. Das ist ein Beibchen. Musst du doch nur mit der Milch füttern am Anfang. Hm. Aber sie sollten's überleben. Wir hatten genug gehabt, das weiß ich. Aber ob das... Ja, ja. Sind im Kühlschrank alle. Kann jemand ein rotes Tülakolele-Baby haben? Ich hab Drilling in den gekauft. Ja. Ich hab selber rote. Ähm. Dann komm schnell her. Hast du auf Lois gestellt? Nee. Hä? Kommst du da dran? Ich komm da nicht dran. Hab's schon mal rumgestellt. Was zum Geier? Bei dir in der Base? Ja, in meinem Pferdestall. Willst du mit dem rennen? Du? Nee. Ich geh schon. Ja. Au, 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 au. Du hättest nicht so laufen. Wie denn sonst? Ich kann das sonst nicht anders machen. Du hättest einfach nur hier bis zur Tür und dann kommt das raus. Genau, das hab ich gemacht. Und dann hat's in der Kurve gedreht. Komm. Komm. Trau dich. Hier drin? Geh zu deinem Cousin. Wir haben Pferdestall. Übrigens. Dein Pferdestall wurde neulich auch angegriffen. Oh. Oh. Ich hab das... Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaub ein Kano war. Das hab ich einfach getötet. Ich glaub das ist das nicht. Warte mal. Oh. Ach. Hier. So eine Schönheit bist du nicht unbedingt. Aber vielleicht wenn du groß wirst. Ach. Ach. Aber nur vielleicht. Wie der Vater, ne? Oh. Ich weiß nicht wer der Vater war. Keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Ich war nicht dabei. Du hast überall dein Schwengel drin. Ne. Deine Finger mit drin. Rüssel. Rüssel. Deine Rüssel. Deine Rüssel. Deine Rüssel. Äh. Mir ist jetzt nichts besseres eingefallen. Das war ein Weibchen, hast du gesagt, ne? Weibchen. Du warst ein Weibchen ausbekommen, so gut. Ja. Ah da. Ähm. Ich geb gleich meinen Namen. Oh Gott. Also 300 Folgen später. Ach. Ich musste ja einen Namen vergeben. Nee. Aber ich will sagen, dass du hier noch 6 Minuten. Danke Pau. Ich muss übergeben. Ich muss übergeben. Ich muss übergeben. Gerne. Hm. Welcome. Vielen Dank. Welcome. Dex überlegt was er machen kann. Bringt eure Tiere in Sicherheit. Nee, ich überlege was ich für einen Namen geben kann. � Das ist Afro. Den nenne ich... Margareta. Das muss ja... Das muss ja ein weiblicher Name sein. Margareta. Oder so ein neutraler Name. Vielleicht gebe ich... Ein unisex Name. Hans. Michel. Und Dexter, ach halt doch die Kloppe. In Italien ist doch so Andrea ein neutraler Name, oder? Andrea ist ein Männername. Echt? Andrea Bocelli, kennst du doch bestimmt den Sänger? Ach, der heißt Andreas. Ja klar, der heißt Thomas Anders. Der heißt Andreas Müller. Der wird umgetaubt, wenn er in Deutschland kommt. Ich schieße dir gleich einen Feuerpfeil in dein Popo. Linke oder rechte Seite? Ist mir scheißegal. In die goldene Mitte. Wird er daran sterben? Test es doch aus. Soll ich? Ich schieße. Ich meine Babys. Wurde grad sagen, die werden hier... Ich treff genau Dex. Nicht, dass du noch das Baby triffst, weil die Hitbox irgendwie wieder seltsam ist. Ich hab ne neutralen gegeben jetzt. Nur ne ganz neutralen. Wow. Was denn? So neutral. Was denn? Das ist doch voll neutral. Ja, schwing dein Ding ist so neutral. Das ist Usain Bolt besser. Ja. Ja. Neutral. Was? Ich find das neutral. Der hängt an... Genau. Also wenn dann... Wenn dann schon die... Mit Anlehnung an Seed mit Schwing dein Teil. Schwing dein Ding. Ding, ling, ling, ding, ling, ding. Beste. Kennt ihr noch den komischen Frosch? crazy frog? Ja. Ding, 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 ling, 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 ling. Denkst du ihnen das grad Pao, Pao? Weihnachtslied. Ja, wenn ihr dann mit Dinger, Dingelschwingel... Wenn es um Dinge geht, denkst du an Weihnachten. Da geht die Monetarisierung wieder dahin. Die Pau hat gerade den Schuss mit der Hand abgewehrt. Was hast du gegessen? Was hast du gemacht? Gegänt? Voll in den Kopf. Mag einer der Herrschaften oder auch mehr sie vielleicht Richtung Weihwarn-Schluppe geben. Ein 245er Gift-Ei. Oh, das hole ich mir. Ja, komme ich. Ich komme sofort. Schnu? Darf ich Molly haben? Ja, kannst du nehmen. Hier ist ein guter Händen bei mir. Auch mit den Kindern. Wir brauchen Fighter. Wehe, du nimmst mir irgendwas weg. Was wollen wir? Ich schwöre dir, ich töte dich. Um die Weihwarn zu töten, weil... Ich habe die Motte, ich bin ja mit Motte hier, aber ich kann die ja nicht rausziehen und töten gleichzeitig. Ich habe nichts, was das machen könnte. Müsste mir jemand irgendwas geben? Deswegen meinte ich ja die Damen und Herren. Eine Gemeinschaftsaktion. Wobei mir gerade einfällt, Benni, ich wollte ein Kakarubaby. Ich habe noch einen, oder? Ein Kakarubaby. Kakar, Kakarubaby. Keine Ahnung. Was könnte ich denn nehmen? Was wäre denn stark genug? So ein Tabo, glaube ich, ne? Kuscheldinos. Ja? Das war Tabo. Also die Kuscheldinos haben um 1000 Schaden gemacht. Okay, dann nehme ich nur ein Kuscheldino, aber ich habe keinen. Aber ich glaube, die waren geprintet und Partner-Buff hat so gemacht. Ja, vielleicht wenn Benni noch mitkommen würde, der ist bestimmt doch der volle Knock-Typ. Wir hatten einen Team übrig. Was sind denn diese Antios? Wir sind im Kühlschrank. Aber so schnell, wie die wachsen, meine ich ist fast bei 10% schon. Sind die Feuerwölfe, Gravy. Ja, wenn die beißen, wenn die, ähm, wenn du die antütschst, wirklich antütschst, ist egal, auch wenn du selber schlägst, dann brennst du. Box sie mal, box sie mal, dann merkst du das. Nee, also die sind hier beim Gnobi, die Gezähmten. Ja, ja, und wenn du die jetzt boxt, dann fängst du an zu brennen. Das ist immer ganz cool. Die haben, sie sind gegen Lava, gegen Feuer. Ja, das ist eine ganz nette, nette, nettes Gimmick haben sie, wenn sie zum Bossfight, zum Drachen-Bossfight mitgenommen werden. Die jucken das, die juckt das Feuer überhaupt nicht. Hey, ich hab doch nichts gemacht. Alter, doch zwei Minuten. Okay, pass auf. Kannst du mich wieder ausziehen, damit du meine Rüstung nicht kaputt machst? Mach da nicht, wir machen uns doch keinen Schaden gegenseitig, oder? Will ich. Klar. Ach, doch, jetzt kriegst du drauf. Oh Gott, wie sie da, sie hängt da wie so ein Alien. Wenn du, wenn du hilfst, du Dexter dabei, oder? Wenn ihr jetzt im Mute. Wenn ihr vier Minuten wartet, dann ja. Ja, ich guck jetzt auch noch mal die Eier ganz kurz hin, noch. Die, die Eier. Also apropos Eier, in knapp zwei Minuten ist das Eierchen von Schnu. Ja, ich bin jetzt, ich bin nochmal da, jetzt guck ich mir nochmal an. Das war dafür, dass du zweimal Malde Wirwern umbenannt hast. Äh, Schnu, weißt du eigentlich, dass dir Lava das noch folgt? Ja, ja. Den hab ich noch nicht heimgebracht. Anguckt, wie es sich anguckt, als wenn es dich gleich fressen will. Ja, das beißt mich, kleinen Arsch. Komm, kleine Australobinato, wir gehen spazieren. Den hab ich vom Pau bekommen. Boah. Weiß ich, ich hab auch so welche. Ich hatte noch gar keinen. Welcher Baum war das hier? Ich hab, ich hab auch einen. Akkumaßbaum. Akkuma, ich muss dir deinen Baum aufheben. Einmal. Aber man kann sich aufstehen aus deinem Bett. Ich drück den Daumen, Schnu. Vielleicht kriegst du ja Zwillinge. Ja, vielleicht. Wer will denn den Zweiten? Wer will denn das andere haben? Oder... Was ist es denn? Ein rotes... Ja. Ein rotes Ei? Und welches Level denn? 105. Ja, nämlich... Das ist doch, wo ist so welches Level? Mir grad egal. Am Endeffekt nöken wir in den Küchen sowieso. Was war jetzt Labarovs gewesen? Was? Was? Was war Labarovs gewesen von Level? Äh, Labarovs ist ne Tülakolele. Ach, Tülakolele, was? 267. Tülakolele. Sag mal, kannst du nicht mal auf Toilette gehen? Frau, Schnu. Aber doch nicht während der Geburt. Ich sag nix mehr. Da kannst du nicht auf Toilette gehen. Ich sag nix mehr. Du jetzt nix, Alter. Bitte nicht drücken. Nicht pressen. Nicht pressen. Stell dir mal vor, im... Im Kreis. Nein, das stimmt. Nein, nein, nein. Schnu einfach nein. Es kommt gleich ein Ei. Sieben, acht. Sieben, fünf, vier. Kommt er da? Ich dachte, das sei eigentlich der Sprach. Also, wir können ja noch Metal anrufen. Der klettert das noch mit den Schwellkörpern. Was hübsch der. Oh, wie süß. Oh, das weiß. Kann man ja mal gucken, ob was für ein Geschlechter ich hab grad nicht geguckt. Ähm, es ist ein Männlein. Ein Männlein steht in der Walde, ganz still und stund. Und? Kommt die Stuh und bringt es um. Nein. So, und jetzt? Fängst du dir deine eigene Scheiße drin fest. Ja. So, und, und. Du musst auf niedrigste Folgedistanz stellen. Die Füße voll geschissen. So, ähm. Hier, guck mal, hier ist eine Ecke gekommen. Ich glaub, der ist auch gleich ein Ei. Ein grünes, hier. Und die Milch? Das ist noch hässlicher als das andere. Kann mich leider nicht erleichtern. Braucht ihr jetzt noch nicht. Oh, wo? Die ist bei, äh, im Kühlschrank bei Kim und so. Ja, wie gesagt, meine ist jetzt bei 8,1 Prozent. Und ab Jugendlich können die ja Fleisch fressen. Verstehe. Schollar als die Scheiße zu werfen. Du kleiner Mesopicdo bist du. In welcher Staffel war denn das, Texto, wo Wixi und ich die ganze Zeit mir Kacke hin und her geschmissen haben? Ich hab keine Ahnung. Eigentlich in jeder Zweiten. Äh, Shigo Island gab's mal. So eine Szene. Hier hat echt geile Farben, die Batswabbern. Ja, weh, du benennst sie nochmal. Okay, ich habe ein zweites. Kein Problem mit. Beide 45er Giftei gefunden. Beim zweiten Mal wusste ich nicht, dass du gerade umhörst. Das war einfach nur gerade so voll gewesen. Komm doch mal mit, du Mistgräbel! Los! Boah, hier kommt sie ja nicht vorbei. Gibt's denn den immer Stück für Stück, ähm... Nein, gar nichts. Gibt's denn, da will man erst was zu essen, wenn die gefühlt nur noch 100 oder 50 Hunger hat? Dann aber zwei bis drei, würd ich sehen. Nee, mach mal. Könnte man irgendwie mal berechnen, aber ich weiß nicht mehr wie. Was will der denn hier eigentlich, der netprint? Nicht printen. Den sollst du nicht printen. Deswegen heißt er netprint. Bitte! Aber net heißt doch netten. Ah, okay. Ich dachte, das wäre ein netter Print. Printenmann oder sowas, keine Ahnung. Genau, netprinten. Oh, Printen sind lecker. Noch nie gegessen, keine Ahnung. Was? Jetzt auch nicht so mein Fall. Ich glaub, ich print dir mal eine. Bei mir sind jetzt erst Matcha-Muffins, Schoko-Muffins und Apfel-Korten. Wir müssen übrigens was im Channel-UTS machen, so Shame-Channel. Immer wenn irgendwas Dummes gesagt wird, so lange in den Shame-Channel. Wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Zimt mit Zucker, was war das bei Pau? Ja, ja, ja. Und sie weiß nicht, was das Face-Champ ist. So ne, so ne, keine Ahnung, 15 Minuten da rein oder so. Und dann kann sie in der Ecke stehen. Was, sind ne Zucker? Bühnchen? Ja. In welchen? So, jetzt, jetzt, jetzt könnte ich. Nein. Öff. Machst du dich denn auch bereit, oder? Ja, mach ich jetzt. Ich sag jetzt mal. Hier drin. Hier drin. Okay. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Spaß. Tschüss. Tschüss.